Also ich finde es grossartig, voll schämtlich, dass sie es geschafft hat, mit der Viva ein Abkommen, dass sie heute keine Matchen machen. Er hat ja gesagt, er hat auch mit Sepp Latter-Anflügel gesagt, hey Sepp, Gieler spielt bei mir heute. Kannst du nicht eine Pause machen? Ja, gut, es hat irgendwie klappt, es ist super. Es hat zwar sehr viel Kohle gekostet, aber... I said, baby, baby, looks like it's gonna hail. I said, baby, baby, looks like it's gonna hail. You better call me inside, let me teach you how to drive the way. We were gonna jump, Charlie. And we're 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 gonna jump, Charlie I had to wait a minute, I'm driving, I'm driving, I'm driving. You have to wait a minute. I'm driving, I'm driving, I'm driving, I'm driving, I'm driving, I'm driving. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.